Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen, würde mich freuen. Wir sind mittlerweile bei Woche 4 angelangt und diesmal muss man zwischen einem Eiswagen, einem Helikopter und einer Bank suchen, nicht in der Rennfolge, aber egal. Und zwar habe ich Moistimeyer durchsucht, weil ich lande da eigentlich ziemlich oft. Und da ist mir auch gefallen, dass da ja eigentlich der einzigste Helikopter ist, glaube ich, weil ich weiß, bin ich mir nicht sicher. Und da ist mal wieder so ein Erdfleck, die bekannten Erdflecke, die man kennt, da wo die Sterne immer spawnen. Und den habe ich schon vorher gefunden, deswegen geordnet euch die Bestpaststufe und haut da rein. Ciao.